Telk B1 Prüfung. Einen Brief schreiben. So schreibst du einen Brief, womit du möglichst gut bei der Prüfung deiner Telk B1 Prüfung abschneidest. Also pass gut auf, ich habe viele wichtige Tipps für dich. So schreibst du einen richtigen Brief. Legen wir direkt los. Schaue das Video ganz und komplett, um alles genau zu verstehen. Deine Aufgabe. Die lautet, wie lade ich einen Bekannten zu meinem Geburtstag ein? Ganz einfach. Hier sind Punkte, darauf solltest du in deinem Brief achten. Ich werde den ganzen Brief heute mit euch schreiben oder habe ihn schon vorbereitet und wir gehen Schritt vor Schritt durch, was ihr für diese Aufgabe braucht. Hier sind fünf Punkte, die ihr auf jeden Fall in diesem Brief drin haben solltet. Es gibt noch ein, zwei mehr, aber die habe ich euch für den späteren Briefverlauf noch mit eingebracht. Die Nummer 1 wäre das Datum schreiben. Das ist natürlich ganz wichtig. Das solltet ihr bei einer E-Mail oder einem Brief immer machen. Und das Datum sollte das Datum sein, an dem Tag, wo ihr den Brief oder die E-Mail schreibt bzw. verfasst. Der Punkt 2 ist, ihr solltet einen Betreff gewählt haben. Das ist vor allen Dingen bei den E-Mails ganz wichtig, aber auch bei einem Brief könnt ihr oder solltet ihr das machen. In dem Betreff könnt ihr dann auch schon auf die Aufgabenstellung eingehen. Zum Beispiel, die Aufgabe lautet, wie lade ich einen Bekannten zu meinem Geburtstag ein? Und dann könnt ihr reinschreiben in den Betreff, zum Beispiel Geburtstagseinladung und dann den Namen. Dann solltet ihr eine Anrede formuliert haben. Das ist natürlich ganz wichtig. Folgt gleich, da zeige ich euch, was für eine Anrede ich in dem Beispiel genutzt habe. Dann solltet ihr den Grund für den Brief schreiben. Das ist der Allerwichtigste. Und den Grund für deinen Brief, den bekommst du immer aus der Aufgabe. Dort weißt du, was soll ich überhaupt machen, worüber soll ich schreiben. Hier bei der Aufgabe ist ganz klar, du sollst eine Geburtstagseinladung schreiben für einen Bekannten von dir. Und zum Schluss eine Verabschiedung formulieren. Auch immer ganz wichtig, folgt jetzt. Jetzt springen wir zur nächsten Folie. Take B1 Brief schreiben. Hier oben rechts seht ihr jetzt schon das Datum. Hier habe ich jetzt ein beliebiges Datum genommen, was für den Zeitraum passt. 18.07.2022. So, hier oben wäre mein Betreff. Das wäre Einladung zu meinem Geburtstag. Weil ihr sollt ja eine Geburtstagseinladung schreiben. Der nächste Punkt ist die Anrede. Hier habe ich dann den Namen Jan genommen, weil es ein guter Freund von mir ist. Dann schreibe ich lieber Jan zum Beispiel. Hier ist jetzt der Hauptteil. Und ganz wichtig, ich werde jetzt einmal den Brief durchlesen und am Ende werde ich nochmal alles zusammenlesen. Lieber Jan, ich würde dich gerne zu meiner Geburtstagsfeier am kommenden Samstag um 17 Uhr einladen. Am Samstag soll sehr schönes Wetter sein. Aus diesem Grund feiere ich meinen Geburtstag im Garten meiner Freundin. Wir haben dort einen schönen Pool, wo wir schwimmen können, falls uns zu heiß wird. Um 19 Uhr würde ich gerne etwas grillen. Mit allem, was dazugehört. Wie Würstchen, Steak, Salat und noch viel mehr. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch etwas zum Essen vorbereiten. Bring gerne deine Badehose mit und ganz wichtig, gute Laune. Zum späten Abend habe ich noch einige kleine Spiele geplant, die sehr viel Spaß machen werden. Sag mir bitte Bescheid, ob du an diesem Tag kommst und ob du was mitbringen möchtest. Wenn du noch Fragen oder andere Anmerkungen hast, schreib mir gerne. Das war euer Hauptteil. Und zum Schluss habe ich noch einen weiteren Punkt mit eingebracht. Das ist ein Abschlusssatz. Zum Beispiel könnt ihr da hinschreiben, wie ich es getan habe. Ich freue mich auf deine Antwort. Das ist immer sehr schön und die Prüfer sehen sowas mit Sicherheit sehr gerne. Und zum Schluss ist natürlich dann eure Verabschiedung. Liebe Grüße, Sven. Da habe ich jetzt einfach einen Namen genommen, den ich mir ausgedacht habe. Liebe Grüße, Sven. Das passt in einer Verabschiedung sehr gut, da ihr ja gute Freunde seid. Das war der Brief, um den es heute ging. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen erklären, was ich in dem Hauptteil mit eingebracht habe. Zum Beispiel habe ich, ich würde dich gerne zu meiner Geburtstagsfeier am kommenden Samstag um 17 Uhr einladen. Da habe ich dann genau reingeschrieben, an welchem Tag und um wie viel Uhr ich einladen möchte. Dann bin ich auf das Wetter eingegangen. Am Samstag soll sehr schönes Wetter sein. Aus diesem Grund feiere ich meinen Geburtstag im Garten meiner Freundin. Da habe ich dann auch direkt mit eingebracht, wo die Feier stattfinden soll. Dann habe ich noch ein paar Details mit eingebracht, die wichtig sein könnten, so wie Essen oder Spiele und was er mitbringen solle. Dann habe ich zum Schluss natürlich noch mit eingebracht, dass er mir Bescheid sagen soll und mir auch sagen sollte, was er mitbringen möchte. So, und zum Schluss war dann natürlich noch, wenn er noch Fragen hat, kann er gerne zurückschreiben. Das war auf jeden Fall der Take B1 Brief und ich werde ihn jetzt noch einmal für euch lesen, um euch einen besseren Eindruck nochmal zu geben. Betreff. Einladung zu meinem Geburtstag vom 18.07.2022. Lieber Jan, ich würde dich gerne zu meiner Geburtstagsfeier am kommenden Samstag um 17 Uhr einladen. Am Samstag soll sehr schönes Wetter sein. Aus diesem Grund feiere ich meinen Geburtstag im Garten meiner Freundin. Wir haben dort einen schönen Pool, wo wir schwimmen können, falls uns zu heiß wird. Um 19 Uhr würde ich gerne etwas grillen, mit allem was dazugehört. Wie Würstchen, Steak, Salat und noch viel mehr. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch etwas zum Essen vorbereiten. Bringe gerne deine Badehose mit und ganz wichtig, gute Laune. Zum späten Abend habe ich noch einige kleine Spiele geplant, die sehr viel Spaß machen werden. Sag mir bitte Bescheid, ob du an diesem Tag kommst und ob du was mitbringen möchtest. Wenn du noch Fragen oder andere Anmerkungen hast, schreib mir gerne. Ich freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüße, Sven. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen, wenn ihr das Video liked. Also bis zum nächsten Mal und schreibt mir, ob ich mehr solcher Videos machen soll. Tschaui! corazón, besitahe ich sie, die toldenheit an поэтому sch trailbla beweistcer bestを ışe Leben added. Tschaui! 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 Vielen Dank.